Also der Vogel, ne? Der Vogel ist echt nervig. Der ist so krass. Der hat einen Ausdach. Der will es wirklich wissen. Ja. Der will es wirklich wissen. Also jetzt, wo ich das so erlebe, denke ich mir, okay, wenn sie wieder einen bringen, dann wird er schon herausgefordert haben. Der hat nichts Besseres zu tun. Der Pinsel, das macht nicht. Maus. Nett, dass du vorbeischaust. Hasi. Das ist so ein bisschen so eher, dass sie so, weil sie hier bei mir die Action hat. Ja. 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 Wie hier rüber, hier rüber? Ja, so dass ich sie filmen kann. Ja, aber dann sag halt für mich konkrete Richtungsangaben. Nicht hier rüber, hier rüber. Jipp. Wir kommen da auf. So dass sie sich zu mir dreht. Ja. Jetzt märzt, ne? Jetzt märzt total. Jetzt märzt sie. Jetzt märzt sie. Kasper. Na komm, Goyli. Komm, Goyli. Bitte? Oh, oh. Blutet sie im Mund? Ja, das ist ein bisschen... Gotti. Hat sie den Farb verloren? Nein, ich glaube, die hat eher da drauf gebissen und da hat sie sich ein bisschen was eingespreizelt. Hm. Hm. Wobei ist das eigentlich so weich, das Holz? Ja, das passiert schon manchmal. Nee, komm, hast du Auen, Mann? Komm mal hier, Pinky. Komm mal hier. Pinky, komm. Komm, Süße, komm. So wie der steht. Du kannst hier ein bisschen unter anderem. Ne? Das ist schon mal. Als Okay. Ja, das ist aber auch auf den Kopf. saturated Mont MUF primitive der P כל Vielen Dank.